Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genau, so war im WC Ja, man weiß ja nie, ob ich jemanden zwinge, bei mir zu sein Nein, Nakana, zwinge ich dich? Nein, ich zwinge dich nicht Nein Mache ich bei dir Gehirnwäsche, Nakana? Niemals Niemals Du bringst Klarheit Ich bin die Klarheit Genau Ich heiße aber nicht Klara Nein Ich hab hier tanzen gesehen Bei jedem Schritt und dritten Ist das genau in der Mitte Ho 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 Das kommt auch noch gut Bye, bis später Hey Hey Hey, ho Ho Wow Es hält Es hält Du, da kannst du dich dran aufmachen Ja Da kann man noch Klemmzüge dran machen Nein, das wollen wir auch nicht Nein, nein Auf jeden Fall Ich sehe das schon richtig vor mir Das wird so cool Das wird so cool Für die, die sonst mit Pflanzen nichts Umgaben kommen Ganz genau Mal sehen, wie das geht Ja, dann müsstest du solche Dinger da auch besorgen Das kann man wirklich, wie du sagst, verstellen Wo man das reinigen kann Da werde ich mehr davon holen Ja Und dann machen wir das Oder bekommst du das im Verschillen Ganz genau Richtig Mal schauen Sag mal, da könntest du auch ein Küsschen Aber immer Ich muss das nochmal in den Schaub machen Und dann Und dann Darfst du dir eins nehmen Was sind die Küsschen? Ein Küsschen für dich Ein Küsschen für Eins für Ich mach das anders Eins für dich Und wieder eins für mich Das hab ich irgendwo mal gehört Nicht immer eins für dich Eins für mich Alles eins für dich IT IT Was sagst du das? Ja Ich brauch auf jeden Fall ein Küsschen Ja Ein Küsschen Ein Küsschen Tequila Ein Küsschen Ein Küsschen Lecker Lieber Recker Lieber Recker Lieber Recker Lieber Recker Kommen Sie mal zu mir Verstärkung Na Ob sich die beiden da auch freuen Ja Das können sie auf jeden Fall und bald bekommst du ja diese schöne bahn darauf freuen wir uns an das heißt das freut mich und hat es eine bestimmte bedeutung eigentlich das ist im indianischen stehen ja auch viel blumen und randen und einfach farbe zeichnung lebensfreude ich finde lebensfreude ist ein schönes richtig und wenn du dich freust dann haben dann ist es doch okay kredi mag sie denn meine rückenlehne sein ja ich habe freude an sie Hallo, ihr Lieben da draußen. Genau, einfach hängen lassen. Haben wir noch rein? Ja. Wo bist du denn? Da bist du ja. Hier bin ich wieder angekommen auf der Terrasse, wo weiter gearbeitet wird. Ja, das ist gut. Bis zum nächsten Mal.